herzlichen willkommen zu einer kleinen schlacht und zwar geht es heute mit tanky online wieder in den team deathmatch was soll ich großartig sagen wir haben heute immer noch die drei aufgaben bzw wieder es ist ein neuer tag neues spiel neues glück neue schlacht immer noch den selben panzer ich spare noch total viel an der währung ich bin ein bisschen geizig und ich finde den panzer bis jetzt immer noch ja für den anfang ist er gut halt so welches team sind wir denn sie spielen für das team rot das heißt ich muss die blauen zerstören das ging ein bisschen schnell okay wenn ihr folge abgeknallt schon okay sagen wir es mal so wir werden von allen abgeknallt toll wurde von mir zerstört der hinten kann direkt auf mich schießen oder probieren wir mal aus ob wir ihn treffen nö tun wir nicht okay gut dann nicht gut gucken wir doch mal nach kisten wir glaube ich nämlich haben einen zwei aufgaben für kisten einsammeln und so wieso wurde der da hinten zerstört das verstehe ich jetzt nicht der ist viel zu weit weg gewesen da hinten ist eine kiste die ich brauche Okay, lass mich kurz die aber noch holen. Dann darfst du mich abballern. Dankeschön. Ach verdammt, die war doch schon um die Ecke. Ah. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Voll gechillt bleiben. Ich mag das, wie das so wegfliegt. Oh. So, den haben wir weg. Hat jetzt echt einer hinter mir gestanden? Tatsache. Nee, seitlich, seitlich. Nicht hinter mir, seitlich. Da ist einer bei uns zu Hause. Oh, äh, war. Okay, gut, dann können wir doch wieder hier lang. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier hinten helfen. Nicht, dass wir beim Spawn alle getötet werden. So wie jetzt gerade bei dem. Das geht ja gerade gar nicht. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt echt einmal komplett hier einfach mal so. Okay, gut, er wurde zerstört. Jetzt bin ich... Oh, 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 habt ihr direkt klicken gesehen. Wow. Okay. Ähm. Wir holen uns den mal. Wehe, du klaust mir den Kilder. Yay. Mein Kild. So. Da ist der Nächste. Ja. Wow. Okay, ich glaube, ich habe eine Mine übersehen. Ja, ich habe eine Mine übersehen. Ups. Bitteschön. Das hat aber lange gebraucht da jetzt. Für. Also wirklich. Ach. Panzer immer. Wir brauchen ständig so lang. Au. Der hat Feuerkraft. Okay. Warten wir hier mal. Da oben kommt der schon wieder neu. Oh, das ist nicht gut. Und wir können da... Ja, da war die Brücke. Ich konnte ihn noch nicht mal sehen. Dann kann er mich auch nie sehen. Ich finde das Schild da oben schön. Okay. Fahren wir direkt mal da zu der Kiste. Müssen wir das eigentlich überholen? Ich gucke mal ganz kurz. Doppelschaden. Oh. Doppelschaden-Kisten. Okay, okay, okay. Au. Au. Das ist mir doch mal in Ruhe. Merci. 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 Boah, ist das fies. Ich habe das Gefühl, wir werden von den Blauen ganz schön fertig gemacht. Nicht so tief. Nicht so tief. Nicht so tief. Oh, der hat die gleiche wie ich. Dann treffen wir uns nicht. Bis später dann. Das mache ich gar nicht. Bäm, weg bin ich. Ja. Das läuft echt gut hier. Ich habe das Gefühl, alle sind besser als ich. Also, ich meine jetzt mit der Schlagkraft hier jetzt. So, dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt hier... Wow, wie sieht der denn aus? Okay, das hat ihn auch nicht so gemacht, wie er aussieht. Wow, okay, ja. Da werden wir belagert. Das ist dann doch schon heftig. Das ist aber auch nicht... Ich muss sagen, das ist ganz so eine praktische Map für mich jetzt hier. Woooo, wir haben einen zerstört. Oder zumindest habe ich den Kegel geklaut. Ja, gut. Ich gebe es zu, ich war böse. Wie so oft. Sehr schön, haben wir noch vorgearbeitet. Jetzt konnte er den zerstören. Mit Raketen, das ist unglaublich. Ich habe mir auch überlegt, mal so einen Supporter zu spielen. Und somit, äh... Oh, habe ich kaputt gemacht. Hupala. Ich muss gucken, ob die Kiste noch da ist. Nee, ist nicht mehr da. Ah, hinter mir auch noch einer. Mann, das gibt es doch nicht. Ach. Oh, jetzt habe ich mich angekündigt. Okay, da kommt einer angeflogen. Ja, ja. Die haben halt die Schlagskraft. Ja. Mangelt mir so ein bisschen. Den kriege ich. Der kriegt... Boah, Alter. Ich komme noch nicht mal mehr zurück, weil da schon einer dann von mir stand. Das gibt es doch nicht. Wow. 83 Kills haben die schon. Man endet das bei 100. Dann haben die das ja gleich. Okay. Autschen. Autschen. Outschen. Autschen. Okay, jetzt waren es drei auf einmal? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder wann? Will das? Oh, 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 die Kisse brauche ich. Die Kisse brauche ich. Juhu! Wir haben sie gekriegt. Sie bringt uns nur nichts. Wow. Da war was los. Was ein Spaß. Da will ich wieder hin. Schieß doch mal! Da steht der nur rum. Ich werde verrückt. Der hat nur meinen verdammten Kill abgeräumt. Hat so lange gewartet, dass ich weg bin. Penner. Entschuldigung. Aber ich finde das ja mal sowas von unfair. Ich weiß nicht, was aus Versehen passiert, aber wie der da nur rumgestanden hat, ist das so wie der jetzt, ne? Okay, geil. Ich trefft die gar nicht. Und ich trefft die gar nicht. Haben wir. Sehr schön. Boah. Ein Schuss und ich bin weg. Boah, das ist auch eine Kanone. Das ist eine Wumme, ne? Wow. 100 Kills geschafft. Wahnsinn. Und ich bin dritter Platz. Okay. Gut. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir irgendwas geschafft haben vom täglichen. Wir haben geschafft Gewinnererfahrungspunkte in der Schlacht 100 von 100. Wow, das habe ich geschafft. Das waren echt 100 Punkte? Wow. Okay, verdiene Kristall in einem Schlacht. Okay. Äh, jetzt haben wir doppelt und da fehlen noch zwei. Okay. Ja, ein bisschen haben wir hier auch noch bis zum nächsten Rang. Das geht auch noch. Ich würde sagen, das war es aber auch erstmal wieder mit in dieser Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.